Bei Proben für Tournee Florian Silbereisen geht im März mit seiner Band Club 3 auf Tournee. Bei den Proben unternahm er nun offenbar eine Handlung, die der Entertainer sonst nur seiner Ex-Freundin Helene Fischer zuteilwerden ließ. Mit das große Schlagerfest, die Party des Jahres ist Florian Silbereisen ab dem 19. März deutschlandweit zu sehen. In 26 Städten tritt der 37-Jährige auf und steht dabei nicht alleine auf der Bühne. Mit dabei ist etwa auch die Schweizer Sängerin Linda Fee. Bild war bei den Proben für die Show dabei und berichtet nun von einer vertrauten Geste zwischen den beiden. Während des Auftritts der 31-Jährigen half Florian Silbereisen ihr offenbar aus dem Kleid. Diese höfliche Unterstützung des Sängers ist dahingehend besonders, dass sie sonst zumeist nur Helene Fischer zuteil wurde. Die Schlager-Queen und der Moderator waren zehn Jahre ein Paar und trennten sich Ende 2018. Von der Zeitung auf Linda Fee angesprochen betont der zukünftige Traumschiff-Kapitän jedoch, jetzt bin ich erstmal Single und überhaupt nicht auf der Suche.